Herzlich willkommen im fränkischen Seenland, dem Erholungs- und Feriengebiet 25 Kilometer südwestlich von Nürnberg, mitten in Bayern. Ja und liebe Zuschauer, wenn Sie sich in Ihrem Urlaub so richtig nach Natur, Wasser und Gastfreundschaft sehen, sind Sie hier im fränkischen Seenland ganz genau richtig. Erleben Sie die einmalige Seenlandschaft mit Geschichte aus vielen Zeitepochen, erholen Sie sich so richtig beim Sonnen- und Baden und nutzen Sie die vielen Sport- und Freizeitangebote. Das fränkische Seenland bietet Ihnen von der Ferienwohnung bis zum Hotelzimmer, vom Wellnessurlaub bis hin zum Actionprogramm einen rundum gelungenen Urlaub. Natürlich ist das fränkische Seenland ein fantastisches Segelrevier und bietet natürlich auch Kite- und Windsurfern traumhafte Möglichkeiten. Aber hier kommen nicht nur Spaß- und Erholungssuchende voll und ganz auf ihre Kosten, es erwarten Sie auch kulturelle Highlights. Ausstellungen, Museen, Programme für Kinder, Festspiele und Theater. Sie sehen, liebe Zuschauer, hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Die Übernachtung im Mittelklasse-Hotel beispielsweise können Sie ganzjährig bereits ab 25 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück buchen. Oder die Übernachtung in einer Ferienwohnung für vier Personen können Sie bereits ab 33 Euro inklusive Endreinigung buchen. Und unser Tipp für Sie, bestellen Sie sich doch einfach das Prospektmaterial mit Unterkunftsverzeichnis oder schauen Sie einfach auf der unten eingeblendeten Homepage vorbei. Natürlich helfen wir Ihnen auch sehr gerne bei Fragen rund um Ihren Urlaub im fränkischen Seenland weiter. Musik 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 Musik